Hallo und herzlich willkommen in Offenhausen. Das Lied von heute hat für mich eine besondere Bedeutung. Ich habe es kennengelernt auf dem Konfi-Camp in Italien von Augsburg aus und es ist ein Taisee-Gesang. Das heißt, es gibt eigentlich nur eine Zeile. Man kann sich den Text sehr schnell einprägen, die Melodie ist eingängig und man singt es ganz, ganz, ganz oft hintereinander. Der Text an sich ist Englisch, deshalb sage ich ihn kurz. Zuerst auf Englisch und dann auf Deutsch. Er lautet Auf Deutsch Das besondere Antisee-Gesingen ist, dass dadurch, dass man diesen Vers so oft mit anderen oder auch alleine singt, dass allein das Singen dieses Verses schon eine Meditation ist. Deshalb singen auch wir ihn heute ganz häufig. Sie können gerne oder ihr könnt auch gerne mit einstimmen. Wie gesagt, der Text und die Melodie gehen leicht ins Ohr. Und der Ohrwurm für die nächsten Tage ist uns allen sicher. Segne den Herrn meine Seele. Bless the Lord, my soul And bless God's holy name Bless the Lord, my soul Who leads me into life Bless the Lord, my soul And bless God's holy name Bless the Lord, my soul Who leads me into life Bless the Lord, my soul And bless God's holy name Bless the Lord, my soul Who leads me into life Who leads me into life Bless the Lord, my soul And bless God's holy name And bless God's holy name Bless the Lord, my soul Who leads me into life Who leads me into life Bless the Lord, my soul And bless the Lord, my soul And bless God's holy name And bless the Lord, my soul Who leads me into life So seid gesegnet und bleibt behütet. Das wünschen euch eure Ann-Sophie und euer Martin, Pfarrer in Offenhausen.